Leute fragen mich regelmäßig in den Kommentaren, ob sie nun einen PC oder eine Konsole kaufen sollen. Ohne die Hintergründe und Vorlieben der Person zu kennen, gibt es auf die Frage leider keine einfache Antwort. Heute möchte ich daher mal die aktuell größten Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen abwägen, um hoffentlich bei einer Entscheidung behilflich sein zu können. Wir reden hier übrigens vom Gaming. Wenn ihr überlegt eure Steuererklärung oder Webseite auf der Playstation zu machen, kann ich euch direkt eher zum PC raten. Spiele und Exclusives Die allermeisten großen Spiele Titel erscheinen nach wie vor auf dem PC und Konsolen. Bei den typischen Multi-Plattform Spielen kommt es eher selten vor, dass ein Spiel erst später auf dem PC erscheint. Ein Beispiel wäre Red Dead Redemption 2, das erst gleichzeitig auf der Playstation und Xbox und dann etwa ein Jahr später auch für den Windows PC erschien. Bei den Konsolen Exclusives sieht es etwas anders aus. Nintendo ist nicht gerade bekannt dafür, ihre Spiele auf dem PC zu bringen. Sony hingegen hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt und zuletzt sogar extra einen Entwickler eingekauft, der sich auf die Portierung von Spielen spezialisiert hat. Leckerbissen wie Horizon Zero Dawn, Days Gone oder God of War haben zuletzt ihren Weg auf dem PC gefunden. God of War gilt dabei sogar als einer der besten PC Ports überhaupt. Einen anderen Weg geht Microsoft, denen ja nicht nur die Xbox Marke, sondern auch Windows gehört. Nahezu alle Xbox Spiele wie Forza Horizon 5 oder Halo Infinite könnt ihr daher auch auf dem PC spielen. Weiterhin gibt es natürlich auch einen Haufen Spiele, die PC exklusiv sind oder sich hier einfach ein Stück besser spielen lassen. Der Release von Spellforce 3 Reforced Edition für Konsolen hat sich jetzt schon mehrfach verschoben, da es nicht so einfach umzusetzen ist ein Echtzeit Strategiespiel auch mit Controllern angenehm spielen zu können. Einige beliebte Spiele wie die Anno Reihe, Valorant, League of Legends oder auch World of Warcraft sind immer noch PC Exclusives. Die Auswahl an Indie Spielen ist deutlich größer und durch Early Access Programme kann man diese oft deutlich früher anspielen als auf Konsolen. Und auch wenn die Abwärtskompatibilität auf Konsolen klar besser geworden ist, hat man auf dem PC natürlich auch eine große Auswahl an günstigen älteren Spielen, die sich immer noch lohnen und meist in sehr hohen Qualitätseinstellungen gespielt werden können. Letztlich muss man hier schauen welche Spiele Kategorien und Exclusives einem besonders wichtig sind und ob der PC oder eine Konsole mehr Favoriten abdeckt. Spielepreise Wenn man die Listenpreise von digitalen Spiele-Releases vergleicht, wird man schnell feststellen, dass PC Spieler etwas sparen können. Der Listenpreis der PC Version von Elden Ring liegt bei 60 Euro, während Konsolenbesitzer 70 Euro zahlen sollen. Natürlich sinken gerade bei physischen Versionen schnell die Preise. So bekommt man die Disc Version gerade auch für 60 Euro. Gebraucht sicherlich noch günstiger. Einen Gebrauchtmarkt für PC Spiele gibt es praktisch nicht mehr. Hier ist alles digital. Dafür gibt es Anbieter von Spiele Keys, die besonders für den PC teils große Rabatte gewähren. Worauf ihr bei diesen Stores achten müsst, erkläre ich in einem verlinkten Video. Digitale Sales gibt es immer wieder auf allen Plattformen und es lassen sich hier sowohl auf dem PC, wie auch auf Konsolen, tolle Schnäppchen machen. Lediglich Nintendo ist hier bei ihren eigenen Titeln nicht sehr flexibel, was Rabatte angeht. Eine kleine Bonus-Erwähnung verdient Humble Bundle, wo man immer wieder mehrere PC-Spiele im Bündel für einen niedrigen Preis abgreifen kann. Abos Neben der Möglichkeit ein Spiel für die dauerhafte Nutzung zu erwerben, kann man Spiele natürlich auch über Abos mieten. Hier gibt es bei dem beliebten Xbox Game Pass zwischen der Xbox und dem PC nur wenig Unterschiede. Die Xbox hat ein paar Spiele, die der PC Game Pass nicht hat und umgekehrt. Die Auswahl und Preis-Leistung ist aber bei beiden sehr gut. Sonys Playstation Plus Premium Angebot bietet die meisten Spiele im Zugriff. Während Playstation Konsolen Besitzer den Großteil herunterladen können, dürfen PC Spieler, die diesen Service nutzen wollen, aber nach wie vor nur streamen, was mit den üblichen Nachteilen wie erhöhter Latenz und niedrigerer Bildqualität einhergeht. Das Streamen von Spielen auf dem PC ist mit dem Xbox Game Pass Ultimate übrigens ebenfalls möglich. Nintendo hat hier ehrlich gesagt kein konkurrenzfähiges Angebot. Es sei denn ihr wollt Geld dafür ausgeben ein paar alte Klassiker vom NES bis N64 auf der mobilen Konsole spielen zu können. Erwähnenswert für den PC ist noch EA Play, das aber auch Teil vom Game Pass PC ist und in der Pro Variante auch ganz neue EA Spiele bietet. Der Dienst Ubisoft Plus ist im Prinzip das gleiche in grün von dem großen französischen Spiele Publisher. Ganz was anderes ist wiederum das Abo bei der Mittagspackung. Das ist nämlich kostenlos und solltet ihr euch direkt mal holen. Multiplayer Wer gerne Online Free2Play Spiele wie Fortnite spielt, kann dies inzwischen auf allen Plattformen ohne weitere Abogebühren tun. Auch auf der Xbox sind diese Titel inzwischen von Xbox Live Gold ausgenommen. Für Kaufspiele wie FIFA oder Call of Duty ist es aber auf allen Konsolen gleich. Hier ist ein kostenpflichtiges Abo nötig um spielen zu können. Sowas gibt es am PC nicht, was auf Dauer etwas Geld sparen dürfte. Dafür müssen PC Spieler leider mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, Online Cheatern zu begegnen, die am PC eben leichter schummeln können als auf Konsolen. Was den lokalen Multiplayer, also sowas wie Couch Coop angeht, so gibt es auch viele PC Spiele die dies unterstützen. Im Schnitt ist da aber immer noch mehr Support bei Konsolen-Version. Es braucht noch etwas Zeit. Leistung. Es ist wohl keine Frage. Wer deutlich mehr Geld in einen vernünftigen Gaming PC investiert, als das was eine Konsole kostet, wird im Schnitt mit höheren Bildauflösungen, mehr FPS oder auch mehr Grafikdetails spielen können. Aber selbst ich als Grafikhure gebe zu, dass sowohl die PS5 wie auch die Xbox Series X in der Regel einen ziemlich guten Job machen was die Grafik angeht und über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen. Und auch wenn man mit Full HD klar kommt und auch ab und zu mal mit 30 FPS keine Schmerzen hat, wird man mit der Xbox Series S glücklich werden können. Das gleiche gilt natürlich für die Switch, die nochmal ein Stück weniger Leistung hat, dafür aber mobil nutzbar ist. Ebenso für Steam Deck, das wiederum etwas mehr Leistung hat und auch anspruchsvolle Titel wiedergeben kann, dafür aber auch mit einem lauteren Lüfter daher kommt. Es gibt noch weitere mobile Alternativen und natürlich auch Gaming Laptops, aber darüber erfahrt ihr mehr in dem verlinkten Video zu dem Thema. Komfort Konsolen sind auf eine komfortable Bedienung vom Sofa aus konzipiert. Ihr könnt alles bequem mit dem Controller steuern und starten. Im Falle der Switch oder mit dem Steam Deck geht das ganze auch noch unterwegs komfortabel. Solange ihr am PC vor dem Schreibtisch sitzt, wird es euch kaum stören, Tastatur und Maus als primäres Eingabegerät zu nutzen. Zumal das bei manchen Spielen auch einfach angenehmer ist. Einen Controller kann man aber natürlich dazu kaufen. So manches Spiel lässt sich so auch besser steuern, weil es primär darauf ausgelegt wurde. Insgesamt kann man trotz immer größerer Optionsvielfalt bei einer Konsole nicht so viel kaputt oder falsch machen. Beim PC ist es schon hilfreich ein gewisses Grundwissen zu haben. Zudem sorgen unterschiedliche Spiele Launcher, die alle einzelnen Updates wollen dafür, dass die Sammlung nicht so schön übersichtlich ist wie auf Konsole. Ein kleiner Tipp ist hier GOG Galaxy 2.0, das wiederum Spiele aus anderen Launchern starten kann. Zusätzlich sollte man sich als PC Spieler etwas mit Grafikeinstellungen, Auflösung, FPS und Co beschäftigen, da man trotz vieler Spiele, die das automatisch machen, nicht unbedingt alles aus seiner Hardware herausholt. Eine Falle sind zum Beispiel Ultra-Einstellungen, die nur sehr selten sichtbar besser als hoch aussehen, aber unverhältnismäßig viel FPS fressen. Flexibilität Die aktuellen Konsolen bieten mehr Flexibilität als jemals zuvor. Ihr könnt Tastatur und Maus anschließen, was immerhin ein paar Spiele unterstützen. Ihr könnt den Speicher sowohl bei der PS5 wie auch bei den Xboxen oder der Switch leicht erweitern. Ihr könnt eine PS5 an einen 720p Fernseher oder einen 8K Fernseher anschließen, auch wenn 4K derzeit die maximale Auflösung ist. Dafür wird bei einigen Konsolenspielen inzwischen 120 FPS auf passenden Displays unterstützt. Sowohl die Xbox Konsolen wie jetzt auch die PS5 unterstützen VAA. Zusätzlich unterstützen Xboxen sogar die 1440p Auflösung. Mit einem PC geht aber natürlich mehr. Neben 16 zu 9 können viele Spiele auch mit 21 zu 9 Monitoren gespielt werden. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr bei eurem Monitorkauf und entsprechend in den Spielen einen Schwerpunkt auf eine sehr hohe Auflösung oder sehr hohe Bildwiederholraten legen wollt. An Eingabegeräten könnt ihr alles mögliche anschließen. Zudem ist ein potenter Gaming-PC natürlich auch ein Arbeitsgerät, der mit zahlreichen Programmen problemlos umgehen kann. Wer beim Kauf eines PCs auf ein paar Dinge achtet, kann auch damit rechnen, ihn über die Jahre noch aufrüsten zu können. SSDs und RAM sind kein Problem, aber auch Grafikkarten lassen sich meist leicht austauschen. Kompatibilität Das tolle an der aktuellen Konsolengeneration der Playstation und Xbox ist, dass sie nahezu alle Titel der letzten Generation auch abspielen können. Das heißt, dass ihr fast alles, was ab 2013 erschienen ist, auch spielen könnt. Auf den Xbox Konsolen funktionieren zusätzlich auch noch viele Spiele der beiden vorigen Generationen. Für die Switch hat Nintendo die besten Wii U Spiele immerhin neu herausgebracht. Ältere Spiele erhält man im Abo Paket mit dem Switch Online Dienst. Am PC könnt ihr im Prinzip alle jemals erschienenen PC Titel spielen, insofern eure Hardware stark genug ist. Das braucht hier und da mal etwas mehr Gefrickel wie Emulationen, aber diese ermöglicht es wiederum auch zahlreiche ältere Konsolentitel zu spielen. Anders als manch einer denkt, könnt ihr allerdings nicht alle Konsolenspieler am PC spielen. Ein PS3 Emulator ist seit Jahren in der Entwicklung und kann viele Spiele immer noch nicht in zufriedenstellender Qualität wiedergeben. PS4 Emulation wird nicht wirklich empfohlen und von PS5 Emulationen brauchen wir gar nicht zu sprechen. Abgesehen davon ist Emulation von Konsolenspielen eine rechtliche Grauzone und man sollte das jeweilige Original von seiner Sicherheitskopie besitzen. Mods Wem zum Beispiel Elden Ring am PC zu schwer sein sollte, der hat die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad mit Mods anzupassen. Wer in The Witcher 3 überall die Schnellreise nutzen will oder ein unendlich großes Inventar möchte, der kann das haben. Viele Spiele erhalten zusätzlich im Laufe der Zeit Grafikmods, mit denen sie an zeitgemäße Hardware angepasst werden. Auch auf Konsolen gibt es Mods, diese müssen aber vom Entwickler offiziell unterstützt werden, was nur bei recht wenigen Spielen der Fall ist. Bei Online Multiplayer Spielen kann man auch am PC in der Regel nicht viel ändern, da das leicht als Hacking gelten kann und zum Ban führt. Was Singleplayer Spiele angeht, hat man am PC aber unheimlich viele Möglichkeiten. Virtual Reality Wer unbedingt VR nutzen möchte, muss sich die Xbox oder Switch schon mal nicht näher ansehen. Auf der PS4 und mit Adapter PS5 gibt's PSVR, das im Vergleich mit aktuellen PC Lösungen allerdings etwas veraltet ist. So gibt's keinen Room Scale VR und auch lediglich die ungenauen PS Move Controller. Zum Glück ist aber schon PSVR 2 für die PS5 in der Entwicklung, was noch 2022 erscheinen soll. Dieses Gerät kommt mit speziellen VR-Controllern und wird mit aktuellen Features wie haptischem Feedback, Inside Out Camera Tracking, hohe Auflösung und Eye Tracking vollgestopft sein. Ganz billig wird das sicher nicht, aber halbwegs vergleichbare PC-Headsets starten auch in der Region um 500 Euro. Freunde Du spielst gern Online Multiplayer und alle deine Freunde haben eine bestimmte Konsole oder alle haben ein PC, na dann ist das bestimmt ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung. Informiere dich am besten vorher, welche Spiele Crossplay unterstützen. Einige große Titel wie Warzone oder Fortnite unterstützen Cross-Plattform Multiplayer zwischen unterschiedlichen Systemen. Andere Titel wie FIFA aber zum Beispiel wiederum nicht, so dass man hier auf dem gleichen System unterwegs sein muss. Kosten und Verfügbarkeit Auch die Verfügbarkeit von Komponenten spielt natürlich eine große Rolle. Vor einiger Zeit konnte man leicht das Doppelte vom Listenpreis für eine Grafikkarte zahlen. Die Preise sind zum Glück ein gutes Stück runter gegangen, so dass ich den Kauf eines Gaming PCs durchaus wieder empfehlen kann. Dennoch bekommt man aktuell bei einer Konsole, was die Hardware Preis-Leistung in Verbindung mit Betriebssystemen und Controller angeht, im Vergleich meist den etwas besseren Deal. Auch hier steht es leider immer noch nicht zum Besten mit der Verfügbarkeit. Man kann sich allerdings bei neuen Lieferungen der PS5 oder Xbox Series X durch Bots benachrichtigen lassen, was die Chance eine Konsole abzuschrauben stark erhöht. Wie ihr seht hat alles so seine Vor- und Nachteile und es kann keine allgemeine Empfehlung für einen PC oder eine Konsole geben. Wer das nötige Kleingeld über hat, macht auch mit einer Kombination aus PC und Playstation und oder Switch nichts verkehrt. Lediglich PC und Xbox ist eine Kombination, die zumindest was die Spieleauswahl angeht, keine Vorteile bringt. Warum bevorzugt ihr den PC oder eine Konsole? Schreibt mir eure persönlichen Gründe gerne freundlich in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.